Im Endeffekt müsst ihr euch das mal so überlegen. Wir haben heute ein Finanzsystem, was den Anreiz bringt, sich zu verschulden, weil Schulden im Wert fallen und weil, wenn du sparst, dir weniger in Zukunft kaufen kannst statt mehr. Also eigentlich soll es ja genau umgekehrt sein. Du sparst, kannst dir in Zukunft mehr von deinem Geldwert holen und das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Also mehr oder weniger verstehen die Leute, ich muss Schulden machen. Und jetzt kommt es noch viel besser. Dieses System wird ja immer schlimmer. Also hundertmal schon gezeigt, aber ich mache es jetzt nochmal, weil ich finde, um so einen Blick zu bekommen, was sind eigentlich die Probleme, wie groß sind die Auswirkungen. So, Geldmenge USA. M2 Geldmenge. Und hier ist das Ganze angefangen. 1971 ungefähr hier hat Richard Nixon Krieg geführt, Vietnamkrieg, hat es richtig poltern lassen und hat sich ordentlich in Umkosten geschmissen. Und früher war es ja so, dass der US-Dollar immer nur dann erstellt werden konnte, wenn dafür Gold hinterlegt wurde. Und da im Zweiten Weltkrieg ja diese Währung entstanden ist, der US-Dollar, hat man dort gesagt, hey, wir machen jetzt eine Währung, wo alle möglichen Länder, die Teil unseres Freundschaftspaktes sind, hier das Geld benutzen können, miteinander handeln können. Und ja, so haben Franzosen und alle möglichen Briten und so, haben ihr Gold hinterlegt bei den Amerikanern, um davon US-Dollar zu bekommen, um damit internationalen Handel zu machen. Ja, und im Zweiten, ach, im Vietnamkrieg war es dann so schlimm, Richard Nixon hat das ganze Geld verpulvert, hatte auch keine Rücklagen mehr. Und ja, da standen wirklich, ich habe es letztens jemandem erzählt, der wusste nicht, dass es so drastisch war, es standen tatsächlich Schiffe vor der US-amerikanischen Küste und wollten das Gold abholen. Und dann hat Richard Nixon gesagt, oh, jetzt machen wir was anders hier mit der harten Bindung von Dollar zu Gold und jetzt drücken wir so viel Dollar, wie wir wollen. Das heißt, ihr kriegt kein Gold mit, wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein paar Dollar haben und jetzt macht euch bitte wieder vom Acker. Ja, und seitdem hat man ein Geld, was eben an keine physikalische Leistung mehr geknüpft ist. Und was bedeutet, wenn man das Geld jetzt erzeugt oder ja, in Form von Krediten auf den Markt schmeißt, dann wird das, dieser Wert, dieser Geldwert, den ein Sparer auf dem Konto hat, einfach dementsprechend verringert. Und das ist eine Entwicklung, die hier gerade in Krisensituationen exorbitant schlimm ist und wo sich das System ja auch selber rechtfertigt. Das muss man sich auch klar machen. In dem Moment, wo das hier passiert und wo jemand selber nicht mehr sparen kann, braucht er das System, weil es uns auffangen muss. Mal als Beispiel, so eine Corona-Pandemie, die hat uns ja deswegen so hart getroffen, weil in dem Moment, wo die Unternehmen stillstehen und diese Unternehmen verschuldet sind, und das sind fast alle großen Aktiengesellschaften weltweit, ja, in irgendeiner Form, also ganz vieles unserer Wirtschaft basiert nur auf Schulden. Und im Endeffekt ist es dann so, wenn dann so ein Stillstand ist, kann keiner mehr die Schuldzahlungen bedienen, also müssen die Zinsen ganz schnell runter, sonst kollabiert sofort alles. Und es muss Geld gedruckt werden, um das alles aufzufangen. Und jetzt stellt euch aber mal vor, man hätte ein Geld, was eben Schulden bestraft statt belohnt, ja, frühzeitiges Investieren bedeutet, du musst es irgendwie in Zukunft zurückzahlen können. Und es wird nicht leichter, es wird immer schwerer. Dann bedeutet das, die Unternehmen fangen an zu sparen, statt Schulden zu machen, also genau das Gegenteil. Und das bedeutet, so eine Pandemie wäre ausgebrochen und unter Umständen auf eine sehr wohlhabende Gesellschaft getroffen, auf Unternehmen, die unfassbar viele Rücklagen haben und unfassbar hohen Wohlstand haben und die gar nicht von einem Staatssystem aufgefangen werden müssen. Viele fragen sich dann immer, ja, wer bezahlt denn die Straßen, wenn es nicht der Staat tut? Oder, ne, und fragen eben nach diesen ganzen Dingen. Und ja, im Endeffekt hat das aber alles Opportunitätskosten. Wenn der Staat dafür neues Geld erzeugt, nimmt er es von allen Menschen weg und baut davon Straßen. Also, bezahlen tut ihr es trotzdem. Die Frage ist eben nur, kann die zentral planende Organe das wirklich effizienter machen, wie wenn es der freie Markt macht? Und das ist die große Frage. Und viele gehen dann ja auch hin und machen aber dieses Beispiel zum US-amerikanischen Gesundheitssystem, was aber gar nicht gut ist. Weil eben ein Teil dieses Gesundheitssystems sich durch diese Kredite finanziert und auch geschützt wird. Und eben, ja, Patente hat auf teure Medikamente. Und der andere Teil, der ist dann in privater Hand. Dann müssen die Leute selber gucken, wie sie es finanzieren. Ja, und da ist ein freier Markt ja kein freier Markt, wenn man ja eben einen Teil dieses Wirtschaftsprozesses eben nicht in freier Hand hat, sondern trotzdem in staatlicher Hand liegt. Also, wenn freier Markt, dann in allen Belangen. Und trotzdem können wir staatliche Systeme bauen und eine Demokratie haben. Viele fürchten sich immer, dann ist alles anders, wie wir uns das heute vorstellen. Der einzige Unterschied wäre, wir hätten ein System, wo eben ein Politiker, wenn er sich verkalkuliert, auch wirklich am Ende gerade stehen muss für das, was er getan hat. Das heißt, er kann Steuern einnehmen, aber wenn er seine Steuern verpulvert hat und zwar für Blödsinn und sich falsch entschieden hat, weil er sich nicht an einem Markt messen muss, so wie heute, dann ist er weg vom Fenster. Ja, dann wird er kein weiteres Geld von den Menschen bekommen. Also ein Politiker hat genau einmal die Chance, er wird einmal Kapital haben und damit muss er haushalten. Und das ist heute anders. Wenn ein Politiker heute Blödsinn macht, druckt er neues Geld und der Geld wird von eurem Konto weggenommen. Das ist das Problem. Das heißt, alles, was heute Politiker machen, auch an Sozialleistung, hat die Opportunitätskosten, dass ihr alle dafür trotzdem auch bezahlt. Und das heißt, das System macht die Situation für sich selber zu sorgen immer schwieriger und rechtfertigt sich zeitgleich auch damit und sagt, ja, weil ihr ja selber nicht für euch sorgen könnt, mache ich das halt. Und dann sagen die Leute, oh, wir brauchen noch mehr Sozialleistung in dem und dem und dem Bereich und immer schwieriger wird es, für sich selber zu sorgen. Ja, und das ist dieser Teufelskreis, in dem wir uns hier befinden und das ist das Problem mit unserer expansiven Geldpolitik und ja, was da gerade so passiert und es wird noch viel, viel schlimmer. Ja, das ist ja jetzt gerade erst der Anfang, das wird hier noch viel gravierender. Wir stehen gerade vor einer, ja, globalen Krise auf Kriegsebene und das verschlingt auch wieder sehr viel Geld. Und auch dieses Geld muss wieder irgendwo herkommen und kommt in Form von Krediten und diese Kredite werden dann in die Rüstungsindustrie gesteckt und damit werden dann Panzer gekauft und diese ganzen Dinge. Und wer bezahlt das Ganze? Ja, wir alle. Ja, das ist das Problem. Wir alle bezahlen das. Und ich glaube, die wenigsten von uns wollen Krieg und auch die anderen, die den Angriffskrieg machen, wollen keinen Krieg, also die Bevölkerung, ja, oder die meisten. Und im Endeffekt, wenn wirklich jeder ständig unser Geld aufbringen müsste, um weitere Panzer zu holen, dann wird wahrscheinlich so ein Krieg auf diesem Level auch gar nicht funktionieren. Ja, es funktioniert genau dann, wenn irgendwer uns einfach ständig unser Geld wegnehmen kann und sowas tun kann, ja, auf allen Ebenen. Und deswegen, Bitcoin wird diese Welt so fundamental verändern und dafür müssen die Menschen Bitcoin nicht verstehen. Es reicht einfach aus, wenn die Menschen verstehen, dass im Endeffekt Geld, wenn du verschwenderisch lebst, dir hart zu stellen kommt. Du musst nicht verstehen, wie Bitcoin komplett funktioniert. Die Menschen verstehen auch nicht, wie Fiat funktioniert. Und trotzdem machen sie heute Schulden, um ein Haus zu kaufen. Weil sie eins begriffen haben, das Haus wird immer mehr wert, die Schulden immer weniger. Also es ist gut, ein Haus zu kaufen. In Zukunft kann ich ja mit dem Hauswert die Schulden fünfmal auslösen. Ja, und das ist alles, was die Leute begreifen müssen. Und bei Bitcoin ist es genau umgekehrt. Du kaufst ein Haus und das Haus wird immer weniger wert mit der Zeit. Das ist der große Unterschied. Ja, und das heißt, die Leute müssen Bitcoin nicht bis ins tiefe Detail verstehen. Es reicht, wenn das Fundament der Gesellschaft ausgetauscht wird, dass wir zu einem komplett neuen Handeln in der Gesellschaft, bei den Unternehmen und in der Politik führen. Ja, darum geht es am Ende bei Bitcoin. So sieht es aus. Ich sehe eine große pädagogische Herausforderung beim Lernen um Bitcoin. Wie sollte man als Anfänger am besten vorgehen? Ja, genau. Das ist das Thema. Also wenn du neu bist, dann versuch erstmal nur zu verstehen, was Geld ist. Und zwar in einem sehr tiefen Verständnis. Wie Geld funktioniert, wie Geld unsere Welt bewegt und was das Problem von unserem heutigen Geld ist. Und hier setze ich mal mit dem Cantillon-Effekt auseinander. Der ist seit 1755 bekannt und wird heute leider in fast der gesamten Ökonomie ignoriert. Also es gibt eigentlich in der populistischen Ökonomie niemanden, der auf diesen Cantillon-Effekt hinweist. Das sind eigentlich die Austrian Economics, die das mittlerweile überwiegend machen. Aber wie gesagt, 1755 bereits festgestellt worden, dass die, die nah am Kreditwesen stehen, einen deutlich größeren Vorteil haben wie alle anderen Marktteilnehmer. Und dieser Effekt ist sehr, sehr spannend. Einfach mal einlesen. Damit kann man anfangen und sich mit diesem Geldsystem befasst machen, betraut machen und verstehen, was die Probleme sind. Dann versteht man auch sehr schnell, was Bitcoin als Lösung ist und immer am besten selber kritisch sein. Wenn man selber anfängt, kritisch Bitcoin zu hinterfragen, stellt man ganz schnell fest, ja, immer wenn ich versuche zu verstehen, warum Bitcoin schlecht ist oder woran Bitcoin scheitern kann und ich selber anfange, mich in Fachbereiche einzuarbeiten, in die Physik, in die Kryptografie und so weiter, dann werde ich immer schlauer in diesen Fachbereichen und verstehe Bitcoin immer besser. Und das ist eine Reise, die Spaß macht. Und man wird niemals ankommen. Deswegen beschreiben das viele als diesen Kaninchenbau, so ein bisschen wie Alice im Wunderland, die runterfällt und auf einmal die Welt komplett neu versteht. Und weißt du, was das Interessante bei Bitcoin ist? Es gibt keinen Boden. Es gibt einfach nicht diesen Punkt, wo du angekommen bist. Du wirst in einer Million Jahren, also sofern es uns Menschen noch gibt, wirst du immer noch nicht alles über Bitcoin verstehen, weil es dann neue Erkenntnisse gibt. Und Bitcoin ist multidisziplinär. Es berührt jeden unserer Lebensbereiche. Das heißt, sofern wir Menschen neue Dinge finden, werden wir auch neue Bezüge zu Bitcoin finden können. Und deswegen ist dieser Kaninchenbau unendlich tief. Fällst du da einmal rein, purzelst du für den Rest deines Lebens. Und das ist abgefahren, weil das so ein Wissensdurst bei dir auslöst, der niemals gestillt wird. Interview mit der EZB wäre super interessant. Und ja, das wäre durchaus spannend, weil ich glaube, ich glaube das wirklich, 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 dass die Leute bei der EZB sich gar nicht so darüber im Klaren sind, wie viel Schaden Zentralbankgeld für diesen Planeten verursacht. Also das hat man in diesem Interview mit Thilo Jung gemerkt, dass sie einfach viele dieser Probleme so gar nicht adressieren. Die betrachten das einfach aus so einer ganz anderen Sichtweise. Wenn du Teil dieses Problems bist, dann erkennst du das nicht. Du erkennst nicht, dass du selber das Problem bist. Es ist ganz, ganz schwierig, das festzustellen. Es ist wirklich unfassbar schwer. Die Währungshüter sind dafür da, das Geld für uns Menschen heile zu halten. Und das ist immer ein Problem, weil wenn du versuchst, einem Staubsauger klarzumachen, wie er die Fenster wischen soll, ist ein Riesenproblem. Und wenn die Währungshüter eben nicht verstehen, dass deren Währungspolitik Einflüsse auf die gesamte Welt hat und natürlich auch negative haben kann, wie Umweltverschmutzung, Überproduktion und so weiter, das ist ein Problem. Deswegen glaube ich, ist es notwendig, dass wenn schon jemand Währungshüter ist, dass er die Welt so versteht, dass halt das Geld das Fundament der Gesellschaft ist. Und wenn man das Fundament der Gesellschaft anfasst und dort Regeln ändert, diese Regeln sich durch jeden gesellschaftlichen Prozess ziehen und unfassbaren Schaden verursachen können. Und wenn ihr einen Bitcoin-Sparplan machen wollt, dann hier nochmal kurze Werbeeinblendung an dieser Stelle. Schaut euch einfach mal Bison an, ist von der Börse Stuttgart, also ein deutscher Service, mega gut bewertet. Dort könnt ihr einen Bitcoin-Sparplan machen. Kriegt 20 Euro Willkommensbonus, wenn ihr unseren Code BLOCKTRAINER verwendet. Das unterstützt unsere Arbeit. Ihr habt auch ein bisschen was davon und so sieht es aus.